Hallo Leute! Hey, ich bin's, iPod Jennings. Schön, dass ihr mich erkannt habt. Nein, ernsthaft, ich bin's, iPod Jennings. Und ich weiß gar nicht, warum ich dieses Intro immer wieder mache, aber es ist immer das Gleiche und ich fühle mich langsam doof. Egal! Fragen und Antworten, Leute. Ja, wo ist Fragen und Antworten geblieben? Wie ihr wisst, in letzter Zeit hatte ich sehr viel Stress wegen Prüfungen. Und dann bin ich auch noch krank jetzt und man hört's, glaube ich, auch noch ein bisschen an meiner Stimme, dass es noch recht kratzt. Ich fühle mich auch noch nicht so wohl, deswegen hakt's zurzeit ein bisschen mit den ganzen Folgen und Let's Plays machen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Sobald's mir besser geht, wird's weitergehen auf jeden Fall. Ich habe ein anderes Video derweil hochgeladen, was ich vor einer Zeit lang gemacht habe. Ob Synchron Sprechen und sowas. Könnt ihr euch mal ansehen. Das ist dieses Team Fortress 2 Ding. Und ja, wie läuft es jetzt mit Fragen und Antworten weiter? Ich habe die alten Fragen und Antworten-Videos mal angeschaut, also das letzte. Und es ist ja schon ein bisschen länger her. Ich habe mir gedacht, postet doch einfach unter dieses Video hier eure neuen Fragen. Und die beantworte ich dann im nächsten Fragen und Antworten, dass ich dann nächste Woche, Mittwochum, wieder so versuche, reinzustellen. Also hier drunter gleich posten dann, was ihr hören wollt, sehen wollt. Oder so. Naja, auf jeden Fall, das war's schon wieder. Kleine Rede an euch sozusagen. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Wenn ich irgendwas mache. Bei was auch immer, ich gerade mache. Also, haut rein, euer Apogenics. Aaaaaah! Habt ihr gedacht, ich mache jetzt High Five, oder? Okay, komm. High Five. Komm. High Five. High Five. Okay. Hier, High Five. Auf drei. Eins, zwei, drei. Bis zum nächsten Mal. Auf drei. Auf drei. Auf drei. Auf drei. Auf drei.